Tja, was ist das für eine Fährte? Da ist die Fährte wieder, die war jetzt zwischendurch mal weg, jetzt ist sie wieder aufgetaucht, als wenn das Tier im Wald verschwunden wäre und dann wieder rauskommt. Hier ist es auch wieder und jetzt ist die Fährte wieder weg. Ich finde sie auch nicht. Keine Ahnung, also hier ist auch keine menschliche Fährte, dass das ein Hundeführer war. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Lux ist oder ein Puma. Vielleicht ein Puma. Da ist er wieder. Da kommt die Spur aus dem Wald und da läuft er wieder. Hier. Da war schnell. Aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Tier war. Und jetzt ist er wieder weg. Oder ist sie hier raufgelaufen? Kann sein. Interessant. Sehr interessant. Ja, da muss man sich doch nochmal mit Fährtenkunden beschäftigen. Das ist ein Jaap. Vielen Dank.